Moin ihr Figuren und herzlich willkommen zurück bei Chris Thamel und heute mit einer weiteren Review aus den Masters of the Universe Origins Universum powered by Small Tiny Toy Store. Heute geht es um eine 2000x-Figur oder wie nennt ihr die? Sagt ihr 200x oder 2000x? Geht immer in die Kommentare. Gibt es ja immer so ein Streitthema. Heute geht es um den Snake-Armor Skeletor. Ja, er ist schon etwas älter, aber es gibt Menschen, wo die Figur noch fehlt. Ganz easy peasy, also Karte, das war eine der ersten Karten, und man mit den ersten Karten diese Schlangenoptik hier hatten. Mit diesen kleinen Schuppen. Finde ich übrigens ein sehr geiles Designdetail. Vorne seht ihr das Snake-Man-Logo und eben die Schuppen hier vorne. Unpunch sehr schön. Hinten ein richtig cooles Artwork von Axel Jimenez. Und natürlich auch wieder dieses Cross-Sale-Feature. Wenn ihr so eine Figur haben wollt, oder die Figur haben wollt, ihr wisst Bescheid. Im Videobeschreibungstext ist ein Link direkt zur Figur. Schaut doch gerne mal vorbei. Aber wir wollen natürlich auch angucken, wie sie aus der Box aussieht. Und deswegen hol ich es jetzt raus. Und dann machen wir hier ein 360. Snake-Armor Skeletor. Ein weiterer Skeletor in den Reihen der Origins-Figuren. Ich rede erstmal nochmal über die Figur. Ich finde es krass, was damit dazu kommt. Ihr habt ein riesendickes Schild dabei. Ihr habt eine extrem heftige und voluminöse Armor, also Rüstung. Und ihr habt einen Eislöffel. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Schwert. Könnt ihr mich gerne aufklären. Ich finde das Ding einfach nur komisch. Aber Gesicht finde ich sehr gut. Die Farbgebung ist klasse. Auch der Waffenrock sieht super aus. Das Schild passt sehr gut dazu. Und der Hanisch bzw. seine Kopfbedeckung, sein Helm, sind auch echt gut aufeinander abgestimmt. Für mich persönlich ist diese Figur überhaupt nichts. Ich kann mit diesen Snake-Armor Sachen nichts anfangen. Aber rein von den Sachen, die da mit bei sind für den Preis, finde ich diese Figur richtig, richtig gut. Die Waffe hätte man vielleicht was anderes nehmen können, aber okay. Damit also Snake-Armor Skeletor. Ich gebe zu, ich bin kein großer Fan der 2000-Extra-Serie gewesen. Also der Zandrix-Serie in sich schon. Ich fand die cool, weil endlich mal wieder was von He-Man und Masters aufs Universe rausgekommen ist. Allerdings kann ich der Figur so gar nichts abgewinnen. Ich finde ein paar Design-Sachen sehr cool. Das Schild zum Beispiel finde ich interessant gemacht. Das habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich auch sehr nice. Auch der Hanisch, so im Cobra-Stil. Den Pfannenwender, den er dabei hat, diesen grünen, verstehe ich gar nicht. Vielleicht muss ich die Serie nochmal gucken oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Waffe finde ich nicht schön. Gar nicht gut. Aber dafür ist das Schild sehr geil gemacht, wie ich finde. Was sagt ihr denn zu dem Skeletor? Habt ihr den Skeletor schon oder wollt ihr ihn noch haben? Wie gesagt, ihr habt die Chance. In der Videobeschreibung ist der Link direkt zur Figur. Und da könnt ihr euch natürlich den Skeletor nochmal wegschnappen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen für den Skeletor da und für die Masters of the Universe Origins Reihe. Und wir sehen uns dann im nächsten Masters Video auf jeden Fall wieder. Es geht wieder los. So sieht es nämlich aus. Ich darf euch jetzt zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin entspannt. Tschüssi Kowski und Stayed Nerdy. Ihr Figuren sucht dies. Music Music Bis zum nächsten Mal.